Der amerikanische Rockmusiker Marilyn Manson hat nach Missbrauchsvorwürfen seinen Plattenvertrag verloren. Die Plattenfirma reagierte damit auf Vorwürfe der Schauspielerin Rachel Wood, während ihrer Beziehung mit dem Musiker jahrelang sexuell missbraucht worden zu sein. Drei weitere Frauen erhoben ähnliche Vorwürfe gegen den 52-Jährigen. Marilyn Manson hat mit seiner gleichnamigen Band weltweit mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft. Vielen Dank.